B**** Lea, soll man was singen? Backe Backe Kuchen Backe Backe Kuchen Der Bäcker hat Zucker und Salz Milch und Mehl Ich gehe in Ofen, nein Finale Hier ein Stück am Wegrand einfach langlaufen Da schlagen wir vor Oh, ist das süßlich Was ist da? Ein Hochstand, da sitzt der Jäger Oh Und wartet auf die Hasen und die Rehe Wirklich? Und da gibt es leckeren Braten Ja? Echt? Echt? Kamian, was ist deine Lieblingsfarbe? Ja? 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 Hier gibt es auch ein Tier. Schau. Haben wir was gefunden? Nein. Wir sind in einer Verschötterin. Wir brauchen ein bisschen. Ich weiß nicht, dass wir nicht essen können. Ich weiß nicht, dass wir nicht essen können. Die Lamellen gibt es sehr viele. Und da gibt es auch sehr viele, die so ähnlich sind. Und da gibt es sehr viele, die kannst du essen. Ganz oft gilt auch, wenn du so am Wegesrand ganz viele irgendwo findest. Und die sind groß. Und es hat noch keiner gepflückt. Dann bist du wahrscheinlich nicht die richtige Person dafür. Guck, so haben wir früher gespielt, als wir kleiner waren. Wir sind auch in den Wald gegangen. Und haben aus Stöcken so ein Haus gebaut. Kannst du das sehen? So was meinst du? Ja. Okay. Da waren wir ein paar Jungs, waren hier im Wald draußen. Haben uns jeden Tag getroffen. Hatten da unser Lager. Haben Steine gesammelt. Haben irgendwelche Sachen gebaut. Das ist auch ein Schwamm, oder? Das ist auch ein Schwamm, oder? Da unten so ein Schwamm. Siehst du das? Das ist ein Schwamm. Das ist ein Schwamm. Das ist ein Schwamm. Das ist ein Schwamm. Wir gucken dann nochmal an das Tuch, lieber. Moment, kein Schuh. Aber ich denke, heute wird es so dick. Wie kann? Orange. Wenn du das anschneidest, kommt orange und Milchsaft raus. Da ist auch ein Pilz. Hm, noch ein Pilz, gell? Oh, der ist schön. Guck mal, der ist ganz jung. Oh, das ist ein Pilz. Ein Pilz. Der ist so ganz gelb, orange. Das ist eine Mörgur. Mörgur. Mörgur? Hobby, das ist nicht nur Dutmörgur. Ja. Ah, gut. Das ist richtig. Freunde, ihr wisst nicht, ob ihr dieses Mörgur in China wisst, Ihr wisst euch in die Mitte. Und ist das eure Lieblingspilz? Das ist unsere Lieblingspilz. Aber das ist alles ein bisschen feldig. Das ist auch riesig für viele, oder? Das ist eben kleiner. Echt? Aber die Menge, die reicht für den Mittagessen, oder? Genau. Wer isst die ganzen Pilze eigentlich heute? Wollen wir nachher ein leckeres Essen? Machen wir dann zwei Gerichte da raus, oder? Äh, ja, mindestens. Das war's, den Stock. Wie ist deine Orientierung? Fähig ist ein Abwehr. Ja. Ihr macht mal Kanka. Zeig mal Mama. Ja. Zeig mal Zapfen. Zeig mal Zapfen. Ich hoffe, ich hoffe. Ladies, können wir was essen? Ja. Super. So viele Pilze. Wenn ich heute sterbe, dann sterbe ich wenigstens zu Hause. Wahrscheinlich wirst du noch auf Kanko rausgefahren und dann. Ah, verdammt. Du hast gerade meinen Traum zerstört. Sehr lecker. Das Video ist gut. Das Video ist gut. Das Video ist gut. Wir haben uns nachher Kanko rausgefahren. in der Nähe der Niemann. Der Niemann ist es in der Niemann. Die Niemann ist eher in der Niemann. Der Niemann ist ein Niemann. Der Niemann ist ein Niemann. Ich kann es nicht vorstellen, Wow, das ist so toll. Die Niemann ist sehr gut. Vielen Dank für die Frage. Wenn Sie sich das Problem haben, dann können Sie uns in der Niemann. Oder Sie können mir das Wort. Liebe Sie! Das war's für den Niemann. Das war's für die Zeit. Das war's für den Niemann. Ich habe inne, die Niemann sind in Diener. Das war's für mich.